Herzlich Willkommen zu einem neuen Reaction Video. Mit dabei habe ich El Hikaru. Zusammen gucken wir uns jetzt die bosnische Sängerin Jayla Ramovic an. Ihr wolltet unbedingt Reactions zu ihren Auftritten. Da habe ich zwei ausgesucht. Ich bin gespannt. Mal gucken, wie es dir gefallen wird. Es wird jetzt sein erstes Mal sein. Lass uns starten mit dem Lied Tihi Upica Podsetime. Und das andere Lied wird dann Ruine sein. Okay, sehr gut. Sie ist so 18, ne? Genau. Sie ist auch sehr jung. Also richtig jung. Und sie hat wohl bei dem bosnischen DSDS gewonnen. Ach krass. Da muss sie ja echt rentiert werden. Und sie kommt wohl aus dem gleichen Dorf, wo Semir kommt. Korrascht. Ja, echt? Kennen die sich so von mir? Das wär's. Ja, ganz schön. Jelna Kalle Uscha. Mhm. Die hat ja schon eine richtig gute Stimme. Ja, Korrascht. Ja. Ja. Ach krass, 18, so ne, krasses Stimme. Ach, das jelna. Sie guckt so bedrückt. Oh shit. Und das ist Maria Cherukovic. die bei Eurovision gewonnen hat. Das ist der Hervé. Also großes Publikum, in der Jury halt. Die gucken irgendwie nicht so zufrieden. Okay. Ressa schaut genau aus. Das ist so, die gucken echt. Die gucken gar nicht. Als würde was fehlen für die. Ja. Und die mit den Langern, die gucken so... Ich weiß nicht. Entweder machen die das in Absicht. Jetzt haben sie so gespürt. Ach so, das ist wie The Voice. Wie The Voice. Hey, jetzt drücken die alle. Ja, okay. Ach so, ja, geht da ein bisschen anders. Bei The Voice, die gucken ja weg. Genau. Ist ja unterschiedlich. Ja, ist unterschiedlich. Ist aber krass. Ja. War das hier... Ich glaub das war das... Ich glaub das war das erste. Ich glaub das war das erste. Ja, das war echt gut. Ja. Ach, noch ein zweites. Krass. Ja. Und da war sie 16 Jahre alt. Ach, da war sie 16 Jahre alt. Krass, ne? Ach, krass. Ja, die ist mega talentiert. Ja. Das unterspürt man sein Handy. Ja, ich glaub der macht das mit Absicht so. Will auf cool machen so. Und dann zum Schluss klickt er drauf. Klickt er drauf. Klickt er drauf. Ach so, ne, die kann die anderen gar nicht sehen. Ach, sehen die nicht? Ich weiß nicht. Also ich hab die... Also wenn du von hier aus guckst, dann sieht man die nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich fand es gleich. Ja, genau. Da. Wenn du vor ihr schaust, ich glaube, vor ihr sieht man nur so eine Wand, außer ich habe mich verguckt. Der ist so ein Handy. Ja, wusste ich doch. Okay. Talentiert auf jeden Fall. Das ist richtig krass talentiert. So, und das hat sie jetzt vor zwei Monaten fast. Okay. Das ist ihr Debüt-Song, das hat sie wohl da performt, ihr eigenen Song. Ach so, okay. Ich habe mich schon gefragt, warum sie so oft da war. Ruine. Ich glaube, das Original-Video hat 13 Millionen Klicks schon. Ja. Das ist irgendwie Sankt der Konsort. Ja. 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 Wenn sie so weitermachen, die kommen echt groß raus, das ist wirklich eine Stempfahme. Absolut. Das ist ein Desinfektionsmittel. Emotionaler Song. Ja. Sehr gut. Wie gesagt, so viel ist sie ein bisschen dünner geworden. Glaub ich ja. Ich glaube schon. Wie alle aufstehen so. Dann stehen wir auch auf. Die hat perfekte Zähne. Ich glaube die hat auch noch eine Zahnspannung. Genau. Sie singen die perfekten Zähne. Sie singen die Zähne. Sie singen die Zähne. Sie singen die Zähne. Sie singen die Zähne. Und ja. Falls euch das Video gefallen hat, lasst nicht. Also nein. Vergisst nicht ein Like da zu lassen. Und abonnieren auf jeden Fall nicht vergessen. Und guckt euch auch unsere anderen Balkan Reactions an. Haben echt einige gemacht. Dann sage ich auch Dankeschön fürs Zuschauen. Stay safe. Und bis zum nächsten Video. Und nicht vergessen keinen Daumen zu geben. Bis zum nächsten Mal.